Hallo ihr Bastelnerds, willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft, er hoppelt. Heute ist der zweite Tag der Challenge von Create a Smile. Ich blende das hier auch gleich nochmal ein, um was es hier genau geht. Kurz gefasst allerdings geht es darum, um Weihnachtskarten zu basteln, die nicht länger als 10 Minuten dauern. Und ja, wie gesagt, heute der zweite Tag. Ich habe mir einen Aufleger in schwarz schon bereitgelegt. Eine Karte, auch ebenfalls in schwarz, mit einer goldenen Mattung. Ja, die klebt leider schon, oder ja, sie klebt halt einfach schon. Also ein paar Sekunden könnte ich mir ja wieder von meiner Zeit abstreichen. Aber auch das liegt halt manchmal schon bei mir so bereit. Ich fand es gerade natürlich sehr praktisch und ja, gut. Wir benutzen sie jetzt einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich glaube, ich habe alles soweit vorbereitet. Ich hoffe es zumindest. Ich würde sagen, dann starten wir direkt. Auf die Plätze. Fertig und los! 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 Bis zum nächsten Mal. Okay, wir haben immer noch genügend Zeit. Also, ich lasse meine Karte jetzt so. Ich denke, das ist ganz hübsch. Und ja, vielleicht habt ihr ja Spaß, das nachzubasteln. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich morgen. Bis dann. Ciao. Bis dann.